Am 26. Juli konnte in Todesfelde beim Kiwebu e.V. leckeres Brot im Lehmbackofen nach traditioneller Art gebacken werden. Das Ergebnis waren köstliche Schwarzmisch- und Kürbisbrote sowie Brötchen mit verschiedenen Kräutern und Wildkräutern. Holger Hövermann vom Verein Kiwebu war durchweg zufrieden. Ja, wir sind ein Verein für Erlebenspädagogik und arbeiten hier mit Kindern, Jugendlichen und anderen Gruppen. Wir machen Sinnesschulung basierend auf alten Handwerks- und Kulturtechniken, aber es kann auch jeder zu uns kommen. Jeder bedeutet in den Sommerferien jetzt zum Beispiel jeden Tag und danach wieder von Donnerstag bis Sonntag. Also wir haben jetzt noch ein Eltern-Kind-Zeltlager, dann kommt ein Workshop für Grünholzwerken, dann haben wir ein Candlelight-Walking im September und unser Kerzenziehen am Lagerfeuer im November. Auch im nächsten Jahr wird es das Brotbacken wieder geben.